Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, Tag 2, eigentlich der offizielle Tag 1, der Spiel 2017 liegt hinter uns, mit Tag 2 meinen wir, es war natürlich der erste, dieser Pressetag, da waren wir auch schon viel unterwegs und haben auch schon angefangen zu streamen, aber Tag 1 ist halt der erste Publikumstag, liegt hinter uns und wir hatten gehofft, es werden ein paar weniger Spiele, die wir einsammeln, aber ich habe mich geübt und entschuldige mich dafür, aber wir werden es einfach, ja, wir werden es schaffen, wir waren heute auch noch in der Pegasus Spielenacht, da können wir mitgehen, Ich habe halt auch die Livestreams, Hunter Hart einmal in den Summer gespielt, ich habe einmal, ich habe gewonnen, hast du auch gewonnen? Spoilert die Menschen da nicht, ich habe Queen Domino gespielt, es war schon live, es ist schon vorbei, vielleicht haben wir, wenn der eine oder andere jetzt mal noch Kuss auf Twitter, ich möchte das nicht verraten, wie ich Queen Domino abgeschnitten habe, wir machen lieber schnell weiter, wir waren heute noch ganz kurz, ich wollte mich entschuldigen für das erste Video, da war ja der Ton schon schlecht, das hatten wir auch eigentlich gesagt, wir haben echt die Hälfte des Equipments am Stand vergessen, ich hoffe es ist heute besser, jetzt wieder, oder? Ja, eine Sache habe ich immer noch vergessen, aber ich glaube es ist trotzdem jetzt schon deutlich besser, es ist heller und es sollte der Ton auch besser sein, aber ja, wir zeigen euch trotzdem jetzt wieder eine Menge Spiele, die es auf dem Spiel gibt, sonst hätten wir sie nicht, richtig? Da ist was wahres da. Wir fangen an mit Sword and Sorceries, das Spiel von Ares Games, da gibt es auch die englische natürlich bei Ares direkt am Stand, aber die deutsche kommt bei Asmodee und es ist natürlich, ja, der Name hat es eigentlich schon im Schwert- und Zauberei-Genre angesiedelt. Ja, die deutsche Ausgabe. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal in der Hand, du hast es halt geholt. Ja, als der Ares im Stream war, hatten wir schon mit ihm ein bisschen drüber geredet, aber er meinte dann auch, ja nein, da ist doch die deutsche schon bei Asmodee. Und ja, für ein bis fünf Spieler, das kann man auch so spielen und ist halt, ja, ein klassisches, ach das heißt klassisches, ich habe es ja noch nicht gewählt, aber vom Setting her hat einfach Fantasy mit Monstern, Zauberei und Schwerz. Ja, hier, fettes Zeug einfach hier mit Miniaturen und coolen Karten und so. Und ich habe es noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Großlaublich. Und schwer geht es weiter mit Wengeance, Tag der Abrechnung von Mighty Boards. Wie soll man das in einem Satz beschreiben? Es ist vielleicht eine Art John-Who-Film als Brettspiel. Ein Typ. Guck mal hier wieder ganz viele Miniaturen. Sieht so ein bisschen partymäßig aus mit den Miniaturen, aber es ist nicht so ein cool Mini. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber so wie ich verstanden habe, ist so ein Typ gegen alle. Nee, es ist von einem Mighty Boards, ein bisher Verlag, den ich noch nicht kannte. War auch cooles Artwork, so richtig fresh. Da sieht man auch schon das Thema, einer gegen alle. Also, einer läuft im Prinzip, rastet aus. Den Grund dafür kenne ich nicht. Ja, so ein Payback-History quasi, oder? Ja, wie so ein richtiger Hong-Kong-Action-Film. Man hat es zum Sterben zurückgelassen, das war ein Fehler. Ja, und dann gibt es die Rache, den Rachefeldzug gegen alle. Cool. Ja. Ja, das ist echt ein fettes Ding. Heftig. Mach ich auch nochmal weiter hier. Dann war ich bei, das ist ein Pleasant Company Games, aber auch in der Blue Line von Feuerland Spiele. Poncha, das neue Spiel von McGregor & Van Sill. Wem das jetzt so ein bisschen vertraut vorkommt, ja, dieser ungewöhnliche Grafikstil, den kennen wir von Alte Dunkle Dinge. Ja, was ja auch in der... Und es ist auch exakt der Verlag und exakt der Autor. Der blauen Linie von Feuerland Spiele. Genau. Und in die Kerbe schlägt das Ganze und tatsächlich viel mehr weiß ich nicht drüber, außer dass es auch wieder Würfel hat und diesen Stil. Und weil ich einfach alte dunkle Dinge mag, war das ein No-Brainer, sagt man. Ich sehe hier, was Cthulhu-mäßig ist. Es wurde uns vorbeigebracht, tatsächlich. Cthulhu Rise of the Cools. Von Red Int. Wir erinnern uns, die hatten letztes Jahr im Stream bei uns Martians, A Story of Civilization. Sieht voll ähnlich aus wie dieses Cthulhu-Spiel. Fate of the Elder Gods. Fate of the Elder Gods hat auch so einen runden Spielplan. Auch das gleiche Thema, aber es ist ein anderes Spiel. Und es hat ein krasses Cover. Ja. A lovecrafting strategy game. Was hast du dazu noch zu sagen? Nichts, weil ich gar nicht so viel drüber weiß, außer dass man als Cthulhu-Fan wirklich... Da kann man viel, viel spielen. Tja, ich lebe in goldenen Zeiten. Was soll ich sagen? Hans im Glück war im Stream und unter anderem haben sie als eine ihrer Neuheiten die erste große Erweiterung zu Marco Polo. Es gab ja letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr schon, diese neuen Charaktere, die Gefährten oder wie auch immer sie hießen. Und das ist jetzt aber die richtige erste Erweiterung für die Gefährten. Die heißt, nee, Entschuldigung, die heißt jetzt die Gefährten des Marco Polo. So wie dieser Stanzbogen da vorletzten Jahr hieß, weiß ich gar nicht mehr. Und hier die Stadt Venedig, die Gefährten und fünf neue Charaktere und vieles mehr für Marco Polo. Und natürlich im Stream selber vorgestellt wurde Majesty, deine Krone, dein Königreich. Was ich ja schon auf der GenCon gespielt habe und richtig gut befunden habe. Da freue ich mich sehr drauf. Das werden wir, denke ich, bald rezensieren, weil es ist ein schönes neues Marc-Andre-Spiel. Hast du es jetzt auf dem Stream? Nee, Pete war im Stream und es ist halt wirklich ein Familienspiel. Das muss man sich einfach klar machen. Also es ist wirklich jetzt nicht... Ja, so ein bisschen gehobenes Familienspiel, aber es ist wirklich einfach und sehr schön. Kann man sich auch ein bisschen ärgern, gegenseitig aber nicht so doll. Alles ganz cool. Dann war ich natürlich, ich habe tatsächlich auch, ich bestelle Dinge vor und hole sie dann einfach am Stand ab. Und bei Chapman Brand, wenn man da nichts vorbestellt, dann schaut man oft in die Tonne. Also habe ich vorbestellt und abgeholt und mehr aus dem... Lost Gamma W. Lost Gamma W. Warum ist da die Anleitung mit Klebeband außerhalb der Schachtel befestigt? Ich dachte, das war so eine Promo-Plastik-Spielunterlage. Und deswegen ist es in meiner Liste gelandet, weil es halt so Retro-Pixel-Zeug hat. Dann Perfect Hotel, einfach wirklich einen ungewöhnlichen Lob, einen coolen Spiel. Da bin ich tatsächlich... Da habe ich, sagen wir mal, ernsthaft die größten Erwartungen, dass es auch wirklich ein gutes Spiel ist. Und dann natürlich noch Sweet Honey Be Mine. Haha, was ist das? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es gekauft. Sehr gut, vielen Dank. Natürlich. Ja, hier noch mehr Hans im Glück. Das hatten wir auch schon. Na, als Stone Age Junior gibt es das als Karten-Spiel. Das muss ich eigentlich wirklich, das muss ich eigentlich gleich mal mitnehmen. Das ist schon ab vier. Und meine Kinder mögen ja echt Stone Age Junior. Kartenspiele sind ja für Kinder nicht so einfach. Aber das sieht wirklich nach einem sehr einfachen Kartenspiel aus. Ja. Und das muss ich gleich mal ausprobieren nach dem Spiel mit meinen Kindern. Aber da haben wir nicht vergessen, dass Hans im Glück auch der Kennerspiel-Verlag ist. Und Spiele, die die ab vier abzeichnen, werden bei anderen Verlagen ab sechs und so weiter. Na ja, na ja. So, noch ein Survival-Insel-Spiel. Ja. Hörte Show. Es kombiniert sogar zwei Themen. Es kombiniert das Thema Castingshow mit Survival-Show. Denn wir bewerben uns bei einer Castingshow, wo der Gewinner eine Million Dollar bekommt, werden dann auf einer einzelnen Insel abgeworfen und dann fangen die Probleme an. Einfach cool. Phalanx Games. Ja, kurz können wir machen, weil wir eins davon auf Englisch schon im Lektiv vorgestellt haben. Ist einfach jetzt die deutsche Zweier von Codenames Red. Codenames Red. Häuptling Wilde Himbeere. Riesen Codenames Fan ist. Aber das spiele ich auch mit meiner Frau. Die ist auch Codenames Fan und zu zweit konnten uns halt noch nicht spielen. Aber wenn ich immer diesen Raster übersetzen muss. Ja, ja. Ja, und das hatten wir ja in unserer Liste, in unserer Nachrückerliste. Was eine Frage von Vlada. Das neue Ratespiel. Neue Wortspiel eigentlich auch. Also du stellst eine Frage und die anderen geben eine Antwort hier. Was würdest du lieber fliegen können? Das schönste Lied aller Zeiten komponieren. Und dann tippt man halt, was wird der jetzt wohl sagen. Also es geht so ein bisschen darum, sich einzuschätzen. Ja. Okay, bin ich auch gespannt. Dann, das habe ich tatsächlich in unserer Halle entdeckt. Das ist ja auch irgendwie schön, wenn man mal guckt, was ist denn eigentlich benachbart um uns herum. Und unter anderem Passwort-Express. Das ist erstmal ein witziges Thema, weil man halt irgendwie, es geht darum, ein Passwort zu hacken. Aber das, was mich wirklich neugierig gemacht hat, ist zwei Teams, vier Runden, 15 Sekunden. Die Spieldauer von diesem Spiel ist 15 Sekunden. Geil. Passwort Express. Also ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber irgendwie war es eine witzige Nummer. 15 Sekunden. Ich weiß auch nicht. Es wird ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Ah ja, sehr schön. Hier, da freue ich mich ja wirklich auf meine erste richtige Partie. Pulsar 2849. Der große Heavy Euro Game hier von Czech Games. Wobei es wirklich... Wladimir Suchy halt, ja. Der letzte Wille und diese Sachen kennt man ja von anderen Czech Games Titeln. Es ist schon ziemlich abstrakt jetzt hierzu. Auch jetzt, also wenn ich das finale Artwork mir so betrachte, da ist schon, ja, da ist viel Technik drin. Spielmechanik meine ich. Aber ich fand es schon cool. Also ich glaube, da hat sich auch nicht so viel geändert. Ich habe es einfach nur noch hübsch gemacht. Bin gespannt. Bin gespannt drauf. Wir machen mal hier weiter. Von Asmodee. Storyline von Märchen und Mythen. Tatsächlich eins von den Titeln, wo wir gar nicht viel wissen, was uns aber von einem Mitarbeiter von Asmodee dann empfohlen wurde. Ich habe gesagt, schaut euch das erstmal auch mal an. Weil es einfach, ja, es sieht, ich muss auch zugeben, es sieht wirklich schön aus. Es ist irgendwie so ein Märchenthema. Es erinnert mich so ein bisschen auch an so Sachen wie Dixit. Also... Du musst so sein eigenes Märchen zusammenbasteln, so, ne? Ja, sieht hübsch aus. Ja, machen wir mal weiter mit Asmodee. Okay, es ist natürlich, komm, die neue Erweiterung Zug um Zug Frankreich plus Bilderwesten. Wobei ich schon mal sagen kann, der Hauptgag bei Frankreich ist, vielleicht sieht man es sogar ein bisschen, ich sage es einfach, es sind keine Farben mehr auf den Strecken eingezeichnet. Also ganz wenig, aber das bedeutet, die meisten Strecken sind plain und es gibt dann so Pappschieber und du bestimmst dann erst in dem Moment, wo du langfährst, was für eine Farbe die Strecke hat. Das ist wirklich noch was anderes. Dann auch, ja, in der Asmodee-Reihe, aber letztlich der Verlag ist Kaleidos Games, ganz genau, Shell Look. Eine... Das hast du schon gespielt? Ja, das habe ich schon gespielt, ja. Das ist halt so ein optisches Suchspiel, ne? Ganz cool. Funktioniert auf jeden Fall gut. Außerdem haben wir mitgenommen Pinguin, die eisige Eiersuch. Geil. Das sieht ja geil aus. Oh ja, Pinguin. Pinguin, Spiel für Kinder. Ab vier Jahren ist gekauft. Sehr gut. Und wo wir lange... Ja, wir haben immer viel zu wenig Kinderspiele aus Essen. Rauf. Wow, ja. Dass endlich die deutsche Edition da ist. Die deutsche Ausgabe von New Angeles, gefühlt vor einer Ewigkeit auf der Gen Con vorgestellt. Gibt es wieder her. Auf der Gen Con schon die englische Version vorgestellt, dann war es angekündigt und jetzt ist es eben endlich auch auf Deutsch da. So ein bisschen eine neue Version, neuer Versuch eines Battlestar Galactica-artigen Spiels, so nimm ich mal. Müssen wir bald spielen. Asmodee, Fantasy Flight, Heidelberger. Ist das Ganze natürlich. Und wir machen weiter. Bei Asmodee natürlich viele Verlage in Vertrieb. Ah, viel Zeit. Deswegen gibt es auch da noch von Pearl Games die neue Erweiterung für die blutige Herberge, die Schausteller. Yes. Außerdem ein Spiel, über das wir, glaube ich, auch... Okay, das ist ja ein bisschen eng hin. Wir machen mal damit weiter. Legends of the Five Rings haben wir auch auf der Gen Con im Prinzip schon. Neues LCG ist natürlich ein spezielles Ding, vor allem, weil es ja auch aufbaut auf einem alten LCG, was wir jetzt wieder komplett neu gemacht haben, was wir nicht kennen. Aber wir probieren es. Also an der Reaktion allein auf dem Andrang auf der Gen Con und so hat dieses Universum richtig große Fanbase. Ja, und mal gucken, wie es in Deutschland ankommt. Die neuen Unlocked. Ja, ich bin ein großer Unlocked-Fan. Und hier ist immer das Haus auf dem Hügel. Das fragt der Nautilus. Das hört sich sehr cool an, so Captain Nemo-mäßig. Und der Schatz auf Tonible Island. So ein bisschen Piratenthema. Ja, also hier gucken wir mit so großen Kraken. Das sieht schon geil aus. Bald wird es gespielt. Dann das hier wollte ich gerade schon zeigen. Der neue Repos-Titel. When I Dream war tatsächlich letztes Jahr schon bei einem kleinen Verlag, Draw Lab Entertainment. Und war da fast so was wie ein Geheimtipp. Und man sieht jetzt scheinbar zu Recht, weil Repos hat sich das Ding geschnappt und bringt es jetzt in einer größeren Schachtel nochmal frisch aufgemacht raus. Und was ich dazu sagen möchte, ist, wir hatten wirklich eine witzige Werbeaktion für das Spiel. Die haben das Spiel gepackt, an so einen Heißluftballon drangehangen und haben den wirklich aufsteigen lassen bis fast zur Stratosphäre, bis irgendwann halt der Ballon geplatzt ist. Dann ist das Spiel vom Himmel runtergefallen, Fallschirm aufgefangen, das ist irgendwo gelandet, die sind von Repos mit dem Auto hinterhergefahren und haben das dann in so einem Garten wieder eingesammelt. Irgendwie witzig. Witzige Aktion. Kann man sich auf YouTube angucken, müsst ihr mal gucken, findet man mit Sicherheit über A und B oder so den Link. Ja, und das ist so ein bisschen der Überraschungstitel, der jetzt kurz vor dem Spiel so aufgetaucht ist. Aber halt Libylut und Pearl Games zusammen. Weißt du was? Das sagen wir gar nicht viel drüber, weil wir, entweder der Designer persönlich oder zumindest eben jemand von Libylut wird kommen und uns das ins Spiel vorstellen. Wir werden es also noch spielen, live in der Kamera. Ich bin mir leider jetzt nicht sicher, ob morgen oder übermorgen. Sieht geil aus. Unterwasserwelt, großes taktisches Ding. Tja. Oh ja, Asmodee. Nee, jetzt sind wir mal woanders. Ah ja. Das haben wir auf die falsche Seite gelegt. Das war CodeNames2Ed. Da haben wir ja schon ein Let's Play gemacht. Das sind jetzt halt die finalen Versionen von der neuen Reihe Fast Forward. Was man dazu vielleicht nochmal sagen sollte, weil wir es im Video nicht gesagt haben. Das eine ist ja, also wir haben ja Flucht versucht zu spielen. Dann sind wir schon mal gescheitert. Eines ist das Solo-Ding. Das ist glaube ich Furcht, oder? Furcht. Zwei bis fünf? Nee, hier. Nee, eins ist aber Solo. Nee, Flucht kann man auch Solo spielen. Flucht kann auch Solo spielen. Stimmt, das war andersrum. Irgendwer hat gesagt, aber dann habe ich das nicht mehr verstanden. Nein, eins ist kooperativ. Genau, eins ist kooperativ, aber das ist doch Flucht, das Kooperativ. Das Flucht ist kooperativ und man kann es allein spielen, weil es kooperativ ist. Ich dachte, das wäre auch ein Solo-Ding, aber es stimmt gar nicht. Nee, also Festung ist zwei bis vier, Furcht ist zwei bis fünf und das ist eins bis vier. Ja, wie gesagt, Flucht haben wir ja schon gespielt, allerdings haben sie es immer auch noch nicht geschafft. Ich habe es ja nochmal probiert, aber es ist echt ein bisschen knifflig für mich. Ich weiß nicht, ich bin nicht gut an. Oder ich habe irgendwie noch nicht den richtigen Kniff rausgefunden. Aber was ja auch gut ist, weil letztendlich ist der Gag daran. Das ist wirklich ein Spiel, es ist ja quasi ein Fabel-Schräg-Schräg-Legacy-Spiel, aber es ist halt so knifflig, dass du wirklich lange brauchst, viele Wiederholungen, um es durchzuspielen. Also zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Aber... Fühlt sich an wie ein Rätselspiel in der Hinsicht. Ja, dann als auch halt auf Deutsch da, die Städte von Splendor, also Cities of Splendor, haben wir auf der Gen Con auch schon ein bisschen erwähnt, die modulare Erweiterung für Splendor, also vier Module, die man einfach, ja, heute spielen wir mal mit den Städten, heute spielen wir, wie heißen sie, Orient, die Festung... Oder wir kombinieren alles. Ja, habe ich im Livestream gespielt. Ach, kann man sie doch kombinieren? Ja, man kann es kombinieren, teilweise. Okay, super. Ich dachte nämlich, irgendwie hat man auf der Gen Con verstanden, dass... Nicht alles, glaube ich, so einfach, aber du kannst Sachen kombinieren. Ja, und ich habe einfach nur wieder Spaß gehabt, Splendor zu spielen. Du hast ja gespielt. Ja, ja, es ist auf jeden Fall nett, dass du nochmal so ein paar extra... Ich habe jetzt nur eine Sache davon gespielt, aber vor allem macht es einfach immer noch Spaß, Splendor zu spielen. Und die Wahl... Ein kleines Intermezzo, ich traue mich kaum so hochzuhalten, weil das ganze ausgepöpelte Zeug... Ich halte es halt so zusammen. Es sind einfach, ich weiß nicht, wie viele so winzig kleine Plättchen... Ich habe mal dran. Erstmal Splottersporn, Antiquity, Reprint, das unglaublich fantastische Food Chain Magnet ist von denen, deswegen wurde da natürlich Augenmerk aufgelegt und wir waren... Die kamen zu zweit an den Stand und wir haben zu zweit noch geholfen. Wir haben zu viert 20 Minuten dieses Spiel ausgepöppelt. Es ist voll von winzigen kleinen Teilen. Aber es ist wirklich ein cooles Spiel. Der Titel ist fast irreführend, weil eigentlich ist es Stadtgründungs-, Stadtverwaltung, gleichzeitig aber auch Erkundungs-, neue Stadtgründungsspiel. Das geht eher um so... Es hat auch, also wie so Tetris, auch eine Prise von Odin eigentlich und solchen Sachen. Ja, finde ich wirklich spannend und cool. Und wie lange dauert es zu spielen? Den ganzen Abend. Zwei bis drei Stunden hat er gesagt. Ach ja, na gut. Ja, da braucht man nicht viel dazu sagen. Alarmstufe Rot. Ganz bald. 13 neue Module. Die Rede war von der Magic Maze-Erweiterung, falls jemand nur als Podcast zuhören sollte. Dann war ich heute bei White Goblin Games. Da wird noch was kommen. Klaus-Jürgen Frede. Okay. Oder haben wir das? Nee, das haben wir nicht. Bali. Nee, Quatsch. Bali, Klaus-Jürgen Frede, wo ich sagen muss, vielleicht kann mir der Chat da helfen. Als ich das Spiel angeguckt habe, hatte ich ein Déjà-vu. Es ist ein 2017er Spiel. Entweder war hatte ich ein Déjà-vu, ich hatte es nämlich nicht auf meiner Liste und habe es doch irgendwo gesehen und dann kam es wieder. Oder es ist ein Reprint und ich schaffe es einfach nicht zuzuordnen. Ich weiß, es gibt ein anderes Spiel Bali, das ist es aber nicht. Aber ich bin mir nicht zu 17, aber das kann einfach der Reprint. Vielleicht kann einfach die so ein Matrix-artig. Die neue Auflage sein. Aber es sieht nicht so aus. Ja, vielleicht verwechsel ich es wirklich, weil es dieses alte Spiel Bali gibt. Das ist aber eher was mit dem Schatten. Naja, egal. Jedenfalls, ähm, Ah, dann machen wir hier mit weiter. Oh ja, das ist sehr schön, das wusste ich gar nicht, dass wir es wirklich jetzt bekommen haben, weil man kann es ja leider nicht kaufen hier auf dem Spiel. Es sind manche Leute sehr, sehr traurig. Aber wir haben es bekommen können, hier als Rezensurzexemplar. Und das heißt, wir können es euch vorstellen. Das ist schon mal cool. Ja, und wir werden es auch nur vorstellen, weil es natürlich wieder kommen wird. Also das war es nicht mit Spirit Island. Es geht erst los. Und der Plan ist sogar noch dieses Jahr wieder liefern zu können. Da nagelt natürlich bitte dann niemanden drauf fest. Aber es wird natürlich Spirit Island wieder kommen. Und wir werden es dann natürlich auch nicht sofort machen. Und dann müsst ihr drei Monate warten. Wir fragen dann nochmal nach, hey, wie sieht es aus? Und versuchen da vielleicht die Vorstellung ein bisschen damit zu timen. Sehr cool. Auch in unserer Halle. Unsere Halle ist sowieso die coolste. Ja, ist auf jeden Fall coolste. Vor allem, ohne Scheiße, wenn ich mal sage mal, die coolste, das ist ja immer so ein blöder, hoher Spruch, aber sie ist vor allem die kühlste. Weil es ist echt heiß gewesen, dieses. Auch heute. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Schreibt mal in den Chat. Ich hatte das Gefühl, in den vorderen Hallen war es viel heißer und stickiger als in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich war nur mal kurz da. Aber bei uns ist es schön kühl und die Luft ist auch noch atembar. Und das hast du auch bei uns gefunden? Ja, das ist Verlag Mo2Game, Mo2Game. Die haben uns letztes Jahr auch schon besucht haben, haben da Sweet Nose mitgebracht. Auch ein witziges Spiel, das sie auch nach wie vor am Stand im Verkauf haben. Und jetzt eine ihrer Neuheiten ist Oh, Yummy Burger 2. Go! Es geht um einen Burger. Und ich kann schon mal so viel sagen, ein Großteil dieser Schachtel, die Häuser Schachtel, wird nämlich wirklich von so einem, ja, also so einem Spielzeugburger sogar aus so flauschigem Stofftiermaterial. Auch ab fünf Jahren ist es also quasi auch ein Kinderspiel mit. Für die ganze Familie. Oh, Yummy Burger 2. Go! Ich hoffe, dass hier das, ja, das ist relativ stabil. Ich kann jetzt mal ab jetzt bei mir weitermachen. Ja, ich kann schon noch ein paar Sachen. So lange mache ich weiter mit La Cosa Nostra, ganz for hire. Also das beliebte Mafia-Spiel La Cosa Nostra geht in die Verlängerung. Natürlich wie das Original von Johannes Sich, Autor und Illustrator. Wer La Cosa Nostra immer noch nicht kennt, bitte schaut es euch mal an. Es ist wirklich, wirklich ein cooles Mafia-Spiel. Wer oft sagt, wir haben Spiele zu wenig Konflikt und ich kann immer die anderen Leute. Und hier ist wirklich so, ja, der macht die Garage auf. Voll auf die. Ich benutze sie einfach mit. Scheißegal, was der davon hält. Und so weiter und so fort. Und jetzt ganz for hire, ja, bin ich wirklich gespannt. Werden wir dann auch, vielleicht dann auch einfach im Doppelpark mit La Cosa Nostra mal vorstellen. Weil wir das ja auch noch gar nicht auf dem Progenmal haben. Auf der JamCon schneller ausverkauft als... Und hier war es doch auch schneller ausverkauft, oder nicht? War nicht irgendwas auch hier? Ich weiß nicht, genau. Auf jeden Fall Andreas hat es geschafft. Da war eine große Schlange oder so. Es war eine Riesenschlange. Soso Games. Minipark. Kein Freizeitpark, aber ein kleiner Park. Mit Spielplätzen und so. Soso Games ist ja sowieso ein sehr sympathischer Taiwaneser schon. Ja, wer sich daran erinnert, Castle Crash. Crash, genau. Oh, was hast du denn da noch? Ja, da waren Ludicreations bei uns am Stand. Wir haben auch was vorgestellt, das werden wir auch gleich nochmal zeigen. Und haben auch noch in ihre anderen Neuheiten mitgebracht, und zwar Long Live the Queen. Einmal in der normalen Edition und einmal in der Dieselpunk-Edition. Aber es ist gleiche Spiele. Da kann ja jeder von uns in der Pause spielen, und dann berichten wir. Genau, Long Live the Queen. Genau. Und es wird nachher nochmal was von Ludicreations kommen, aber wir machen einfach was weiter. Hast du es dir einfach geholt? Ja, auch ich habe natürlich Bedürfnisse. Auch ich habe Bedürfnisse. Wo du rutschst auf finanzielle oder Rückenprobleme, finanzielle Verluste oder Rückenprobleme. Es wurde mir nicht mal dann an den Stand getragen, ich musste es selber tragen. Ich habe es einfach gekauft, weil Vital Lacerda macht fantastische Spiele, The Galleries, schulden wir euch auch noch, weil letztes Jahr, es ist groß, schwer, Eagle Griffin Games. Kann ich es so auch als Word-Out benutzen. Ja, das ist natürlich, das richtet sich dann auch an eine spezielle Klinik, aber es hat einfach pompös ausgestattete Experten-Spiel. Tolles Cover, ich habe auch echt Lust drauf. Das ist natürlich richtig, richtig schön historisch auch. Ja, bitte. Cooles Zeug. Spiel ich mit dir. Danke. Wenn es interessiert, es gibt für Charterstone Recharge Packs, wer das Glück hat, einen Charterstone abbekommen zu haben oder davor hat, sich zu holen. Charterstone ist ein Legacy-Spiel und das ist auch gerade für Hunter und mich dann oft immer gar nicht so einfach, Legacy-Spiel zu testen, weil da müssen wir wirklich immer zusammen zu sein. Das kann ja der andere nicht verpassen. Das heißt, der eine kann nicht in einem anderen Setting irgendwie zu testen und deswegen habe ich tatsächlich einfach, dachte ich, habe ich ein Spiel kauft, vielleicht brauchen wir es. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Dann können wir natürlich der eine spielen und wir können es resetten. Das finde ich auch cool, dass es so etwas überhaupt gibt. Genau, also damit kann man sozusagen, wenn man fertig ist mit Charterstone, es wieder resetten und nochmal spielen, ohne sich zu komplett spielen. Und was kostet es dann? Kostet 30, glaube ich, Charterstone 70, das ist 30, weil ich schätze, es müssen halt alle Aufkleber wieder drin sein. Das ist ganz, das darf, ganz seug. Aber trotzdem eine gute Idee, besser als sie es. Besser als man hat die Idee nicht. Es geht noch weiter. Aber jetzt kommt was Großes. Traditionen müssen gepflegt werden. Ups. Traditionen müssen gepflegt werden. Deswegen werden wir auch dieses Jahr wieder unsere Dezember- Hierum ist es denn jetzt richtig? So, hier. Das ist Dezember-Tradition frönen und den Brettspiele-Adventskalender Adventskalender 2017 für ein Frosted Game vorstellen. Er ist ein bisschen handlicher geworden. Er ist nicht mehr so, dass er nicht mehr ins Bild passt. Er ist immer noch ziemlich dick. Er hat ein neues Format. Er hat ein neues Format. Und er hat vor allem, ja, so viel, hört weg, wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt, aber so viel sei gesagt, er hat 25 Erweiterungen, aber nur 24 Fächer. Es gibt also irgendwo in dieser Schachtel eine Hidden Promo versteckt. Eine 25. Promo und es steht auch wirklich drauf, 25 Erweiterungen für 25 Spiele. Es sind auch alle 25 Spiele hinten aufgeführt, aber wo die 25 ist, weiß ich gar nicht. Cool. Cool. Ja, das werden wir, denke ich, wieder auch dann zur Weihnachtszeit für euch öffnen. Wir machen weiter mit einem Lob auf unsere eigene Halle, weil wirklich die eigene Halle zu uns ist 21 Days, ein Spiel, das wir beide überhaupt nicht auf unserer Liste hatten, wo wir aber heute gleich mehrfach aufmerksam gemacht wurden. Einmal vom Kobold König höre ich persönlich vielen Dank dafür nochmal. Da bin ich nämlich gleich rüber gelaufen und es ist halt auch ein piratischer Look. ganz klar, aber es ist eher ein piratischer Look. Ja, semi-kooperativ auf einem Floß und das geht halt, ja, jeder will überleben und das Floß kann halt auch an Balance verlieren und es kommen Haie, die das Floß angreifen und wir versuchen vermutlich 21 Tage darauf zu überleben. Und aber eher auch so ein Familienspiel, ab 8 hier, da sind so zwei junge Mädels abgebildet hier, die spielen, also jetzt nicht so das Hardcore-Robinson-Cruzo, sondern eher so ein bisschen und dazu gibt es übrigens auch einen Soundtrack. Okay, es geht auch dazu. Ja, dann machen wir mal hier AEG, da haben wir schon auf der Gen Con von gesprochen, das ist diese Fortführung von dem... Custom Heroes. Wie heißt das schon? Fortführung von... Ihr wisst schon... Card Crafting. Mystic Vale, Card Crafting. Doch, Card Crafting System, also wo man dann Karten in die Folien stellt. Das ist jetzt das neue Spiel von dem Mechanismus, viel mehr wissen wir gar nicht drüber, aber da wir wirklich Spaß mit Mystic Vale hatten, die Erweiterung auch noch vorstellen werden, wollten wir euch auch Custom Heroes hoffentlich dann bald mal vorstellen. Bei AEG bisher noch nicht in der deutschen Edition irgendwo zu finden. Super. Asmodee wieder, ähm, Nomaden. Nomads im Original, das ist von Lodonauter, also die uns Colt Express und solche Sachen beschert haben und das ist sozusagen denen ihre aktuelle Messe-Neuheit. Ein Abenteuer wie ein Traum voller Taktik und Interaktion. Interessante Schachtel hier zum... Ja, wie jetzt... Ich hab jetzt auch noch gar nichts drüber gehört. Oh, Captain? Ja. Ah ja, hier ist noch der Doppelnd, den wir auf unserer Nachrückerliste hatten. Montana von... Montana. Montana, Rüdiger Dorn. Guck mal, die haben sich jetzt sogar eingeschweißt verkehrt rum. Wir machen doch immer die Schachteln verkehrt rum und die haben jetzt eingeschweißt verkehrt rum. Wenn ich an dem Stand arbeiten müsste, wäre ich ein psychisches Frack nach den vier Tagen. Das glaubst du aber. Die große Neuheit von Ludi Creations, wo wir gerade schon was Kleines gezeigt haben, war, ist Alexandria. Die berühmte Bibliothek, die bis auf ihre Grundmauern abrennt. Einerseits hier sehr historisch, andererseits nimmt sich bewusst auch ein paar Freiheiten. Und es ist kein kooperatives Spiel. Man kann jetzt auf den ersten Gedanken vermuten, ja klar, wir versuchen einfach zu verhindern, dass die Bibliothek abrennt. Nein, im Gegenteil. Der eine spielt zum Beispiel eine Figur, die davon profitiert und Punkte bekommt, dass sie Räume anzündet und quasi diese Bibliothek in Flammen legt. Also es nützt ein bisschen die Situation aus, dass man wohl in Wirklichkeit gar nicht genau weiß, wie dieses Feuer damals entstanden ist und so. Und ja, krokettiert halt ein bisschen mit dem Thema. Aber ich finde es tatsächlich ein spannendes Setting, illustriert von Vincent Dutré, bin ich wirklich neugierig. Ja, cooles Thema. Ja, cool. Wir waren beim PD-Verlag und haben da einmal die Neuheit Transatlantik. Auf unserer Liste, klar. Tolles Thema hier mit diesen Transatlantik-Linern, historischen Schiffen von 1900. Von Mac Gertz und auch auf unserer Nachrückerliste Rob'n'Run. Ich habe mir das gar nicht so groß vorgestellt, die Schachtel. Ich hatte tatsächlich auch ein kleines Spiel erwartet. Aber ja, von Michael Lou, Rob'n'Run, ein sehr sympathischer Autor, habe ich heute kennengelernt am Stand von PD-Verlag. wirklich sehr sympathischer Kerl. Geht doch da mal vor Bauer, schaut euch das an, weil es ist, es ist ein Familienspiel, aber eine gehobene Familienspiel-Kategorie. Also man darf jetzt wirklich auch kein zu simples Spiel erwarten. Es ist ab 10 von der Altersempfehlung her und damit zwei Jahre über der typischen Familienspiel-Empfehlung. Und ja, Transatlantik von Mac Gertz hat es schon empfehlt. Übrigens für alle Fans von Concordia, es gibt auch einen neuen Spielplan von Concordia bei PD-Verlag. Hm, Britannia und Germania am Erweiterung. Ah ja, hier ist noch ein Lully Creations-Spiel. Ja, das finde ich, ist ja das typische Lully Creations-Spiel, so eine kleine Schachtel, minimalistisch, minimalistischer Look, so ein bisschen ganz klein geschrieben hier, der Text, typisch als Lully Creations-Spiel. Oder würde ich sofort sagen, das ist gern. Also was mir an Lully Creations halt gefällt, ist, dass sie wirklich ungewöhnliche Themen haben. Wenn ihr euch erinnert, die waren die Unglückesvögel, die letztes Jahr denen die Kasse geklaut wurden und die dann über Nacht diese Stealthe-Game-Aktion gemacht haben und es gehen sie noch weiter und haben dieses Jahr in ihrem Stand ein Life is Case Room, wo du in eine Kammer eingeschlossen wirst und dann 5 Minuten Zeit hast, ihr Spiel zu klauen. Was da genau drin passiert, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie aus dem Ding was wirklich schlechtes in was richtig cooles verwandelt haben. Das ist echt super. Hier zum Abschluss noch Diesel Demolition Derby. Jetzt frage ich mich, ob quasi... Das ist nicht unbedingt ein Thema, was man von denen erwartet. Das ist das eine Spiel, was wir vorhin hatten, wo es die Diesel-Editionen gab, quasi der Cross-Over mit dem ist. Bei Louis Vuitton ist es alles gut. Okay, da hat es nicht alles aufeinander abgestimmt. Dritte White Goblins-Neuheit ist Alibaba. Dass die jetzt wieder so voll einsteigen, die waren noch echt... Die haben eigentlich nichts mehr gemacht. Jetzt drei Sachen. Ja. Cool. Finde ich auch super. Die waren auf jeden Fall deutlich präsenter, auch gefühlt, auch vom Stand her in Halle 3, also eine der großen Hallen vorne. Ja, bin ich gespannt. Sesam öffne dich, steht hier als Claim. Das war tatsächlich schon. Das war es. Ja. Unglaublich. Real World und Heaven and Hell haben wir gestern schon vorgestellt. Das haben wir alles gestern schon vorgestellt. Ja, ihr seht also das Angebot wieder mal überwältigend auf das Spiel und das war erst Tag 2. Es kommen noch drei Tage. Übrigens, noch mal vielen Dank an alle, die heute an unserem Stand waren. Es war fantastisch. Wir haben viel netten Zuspruch bekommen, einfach natürlich auch viel Support. Wir haben viele Sweatshirts und T-Shirts an euch verkauft. Das Glücksrad wurde ordentlich gedreht. Ordentlich, ordentlich. Es gab wieder einige Schlange. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Versteckt in Halle 8 trotzdem scheint nichts Problem zu sein. Ich wollte nur sagen, es kommen natürlich immer wieder neue Sachen auch als Gewinne. Also es ist nicht so, dass wir da alles hinstellen und das Beste ist dann schon am ersten Tag weg, sondern es kommen immer wieder neue Sachen rein. Wir stellen immer wieder neue Sachen hin, absichtlich, damit sozusagen auch die Leute, die jetzt erst am Freitag oder am Samstag kommen können, dann nicht nur noch die Reste abkriegen. Aber prinzipiell ist es natürlich schon morgens ein bisschen besser als nachmittags. Also so kann man sagen. Ja, und trotz allem es ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass uns Verlage was spenden, wenn also irgendein oder andere Verlag zuhört und denkt, ja, war cool, ich könnte den Jungs da auch mal was verwalten. Und tut es bitte gerne, weil ansonsten können wir nur, wir können versuchen halt, die Massen so lange zu, den Deich so hoch zu bauen, aber irgendwann wird die Welle drüber schwappen und irgendwann, wir wissen nicht wann, wir versuchen es so lang wie möglich rauszuzählen. irgendwann haben wir nichts mehr. Genau, irgendwann haben wir nichts mehr, wobei wir jetzt auch schon gesagt haben, wenn jetzt das an, also wenn wir jetzt wirklich keine richtig coolen Gewinne mehr haben, dann, aber wir haben noch Sachen, dann wird es auch günstiger. Alles klar. Aber das gucken wir dann, sobald wir keine richtigen Neuheiten mehr haben, nur noch alte Sachen oder so oder nur noch Promos, dann könntet die, natürlich wollen wir auch, dass ihr die alle Sachen bekommt. Wir wollen nichts mitnehmen. Das ist alles für euch und wollten wir noch mal sagen. Aber vielen Dank an alle, die heute da waren. Kommt morgen vorbei, Halle 80, 121 und einfach nur Hallo sagen oder Glücksrad drehen oder was auch immer. Wir sind da. Genau, wir freuen uns. Zumindest die meiste Zeit. Bis dann. Bis dann, macht gut. Tschüss.